Der Schlechter von den Sternen von Robert Bloch Mit ganzem Herzen bekenne ich mich zu meinem Beruf. Ich bin Autor unheimlicher Romane. Seit frühester Kindheit hat mich das Unbekannte und Ungewisse zutiefst fasziniert. Die namenlosen Ängste, die grotesken Träume, die sonderbaren, halbintuitiven Fantasien, die unsere Gedanken heimsuchen, haben in mir schon immer eine tiefe wie unerklärliche Freude hervorgerufen. Was die Literatur betrifft, so bestritt ich die Wege der Nacht oft mit Poe oder verkroch mich mit Machen in den Schatten, mit Baudelaire durchstreifte ich die Gefilde schrecklicher Sterne oder vergrub mich im geheimen Wahn der Erde, im Mitten uralter überlieferter Geschichten. Mein dürftiges Talent für Skizzen und Kreidezeichnungen bewegte mich zu dem Versuch, jene fremdartigen Bewohner meiner nächtlichen Gedanken in groben Bildern zu umreißen. Die gleichen düsteren intellektuellen Neigungen, die mich in meiner Kunst bewegten, zeitigten auch das Interesse für düstere musikalische Kompositionen. Die symphonischen Klänge der Planetensuite und dergleichen waren meine Lieblingsstücke. Mein Innenleben geriet bald zu einem gräulichen Labsaal beklemmender, quälerischer Schrecken. Nach außen hin führte ich ein vergleichsweise langweiliges Leben. Mit der Zeit sah ich mich mehr und mehr in die Lebensweise eines entbehrungsreichen Einsiedlers abdriften, in ein ruhiges, philosophisches Dasein inmitten einer Welt aus Büchern und Träumen. Aber ein Mann muss von etwas leben. Von Natur aus war ich körperlich und geistig nicht gerade für handwerkliche Arbeiten geeignet und anfangs zerbrach ich mir den Kopf darüber, was für mich ein geeigneter Beruf wäre. Die Wirtschaftskrise komplizierte die Dinge in beinahe unerträglichem Maße und für eine Weile stand ich kurz vor der finanziellen Katastrophe. So beschloss ich, Schriftsteller zu werden. Ich beschaffte mir eine abgenutzte Schreibmaschine, 500 Blatt billiges Papier und einiges Kohlepapier. Den Stoff zu bestimmen fiel mir nicht schwer. Welches bessere Feld gab es als das grenzenlose Reich einer farbigen Fantasie? Über das Grauen, über die Angst und jenes Rätsel, welches der Tod für uns darstellt, wollte ich schreiben. Zumindest hatte ich in meiner blanken Unerfahrenheit diese Absicht. Die ersten Versuche ließen mich rasch erkennen, wie vollkommen ich dabei versagte. Erbärmlich und jämmerlich verfehlte ich mein angestrebtes Ziel. Meine lebhaften Träume verwandelten sich auf dem Papier in ein bedeutungsloses, durcheinander schwerfälliger Adjektive und ich fand keine gewöhnlichen Worte, um den wundersamen Schrecken des Unbekannten auszudrücken. Meine ersten Manuskripte waren elende und fruchtlose Dokumente. Die wenigen Zeitschriften, die solches Material abdruckten, lehnten meine Werke einhellig ab. Ich musste von etwas leben. Langsam aber sicher begann ich meinen Schreibstil an meine Ideen anzugleichen. Mühsam experimentierte ich mit Worten, Wendungen, Satzstrukturen. Es war Arbeit und harte Arbeit noch dazu. Bald lernte ich, was es heißt, zu schwitzen. Und schließlich traf eine meiner Geschichten auf Wohlwollen, dann eine zweite, eine dritte, eine vierte. Es dauerte nicht lang, da hatte ich die naheliegenden Tricks des Handwerks beherrschen gelernt. Und die Zukunft sah endlich heiterer aus. Mit freiem Geiste kehrte ich in mein Traumleben und zu meinen geliebten Büchern zurück. Meine Geschichten brachten mir einen recht spärlichen Lebensunterhalt ein und für eine Weile war ich damit zufrieden. Aber nicht lange. Ehrgeiz, dieser stete Wahn, war der Grund für meinen Untergang. Ich wollte eine ernsthafte Geschichte schreiben. Nicht eine stereotype, kurzlebige Erzählung, wie ich sie für die Zeitschriften schrieb. Sondern ein echtes Kunstwerk. Ein solches Meisterstück zu schaffen, wurde mein Ziel. Ich war kein guter Schriftsteller. Aber das lag nicht ausschließlich an meinen stilistischen Schwächen. Vielmehr lag der Fehler, wie ich meinte, bei den verarbeiteten Stoffen. Vampire, Werwölfe, Ghoule, Monstren aus der Mythologie. Diese Geschöpfe bildeten ein Material mit geringem Niveau. Alltägliche Metaphorik, gewöhnliche Adjektivwahl. Und eine nüchtern, anthropozentrische Sichtweise waren die schädlichsten Elemente für eine wirklich gute, unheimliche Geschichte. Ich benötigte neuen Erzählstoff. Wahrlich ungewöhnliche Handlungsabläufe. Ach, wäre mir doch nur etwas in den Sinn gekommen, das im Hinblick auf die beschriebenen Monstrositäten wahrhaft unglaublich gewesen wäre. Ich sehnte mich danach, die Lieder zu erlernen, welche die Dämonen singen, wenn sie zwischen den Sternen hin- und hersausen, oder die Stimmen der alten Götter zu hören, während sie ihre Geheimnisse in die wiederhallende Leere flüstern. Mich dürstete, die Schrecken des Grabes zu erfahren, den Kuss der Maden auf meiner Zunge zu spüren und die kalte Liebkosung eines verrottenen Leichentuchs. Mich verlangte nach dem Wissen, das in den Höhlen mumifizierte Augen liegt, und ich brannte darauf, die Weisheit zu erlangen, die nur der Wurm kennt. Dann erst konnte ich wirklich schreiben und meine Hoffnungen würden sich endlich erfüllen. Ich fand einen Weg. Ich begann einen Briefwechsel mit zurückgezogen lebenden Denkern und Phantomen im ganzen Lande. Im Westen lebte ein Einsiedler in den Bergen, ein Gelehrter in der Wildnis des Nordens und ein geheimnisvoller Fantast in Neuengland. Letzterer berichtete mir von uralten Büchern, die fremdartiges Wissen bergen. Zurückhaltend zitierte er aus dem legendären Necronomicon und sprach ängstlich von einem gewissen Buch des Aibon, das angeblich noch weit unbändigere Blasphemien enthielt als ersteres. Er selbst habe diese Bände des ursprünglichen Grauens studiert, wolle aber nicht, dass ich zu tief in die Materie eindränge. Als Junge habe er viele seltsame Dinge im von Hexenheim gesuchten Arkham gehört, wo die alten Schatten noch immer lauern und dahinschleichen, und seither habe er klugerweise das dunklere, verbotene Wissen gemieden. Endlich, nach längerem Drängen meinerseits, willigte er widerstrebend ein, mir die Namen gewisser Personen zu nennen, die er für die Suche als hilfreich erachtete. Er war ein Schriftsteller mit bemerkenswertem Scharfsinn und genoss unter den Kennern einen hervorragenden Ruf. Und ich wusste, er war an dem Ausgang der ganzen Angelegenheit überaus interessiert. Sobald sich seine kostbare Liste in meinem Besitz befand, begann ich eine groß angelegte Briefkampagne, um mir den Zugang zu den begehrten Büchern zu verschaffen. Ich schrieb an Universitäten, Privatbibliotheken, namenhafte Seher und die Anführer geheimer, vage umschriebener Kulte. Doch ich war zum Scheitern verurteilt. Die Antworten, die ich erhielt, waren unverhohlend abweisend, beinahe feindselig verfasst. Offenbar erzürnte es die angeblichen Besitzer solchen Wissens, dass ein neugieriger Fremder ihr Geheimnis enthüllen könnte. In der Folgezeit erhielt ich mehrere anonyme Drohbriefe und einen überaus beunruhigenden Anruf. Indes störte mich dies nicht annähernd so sehr wie die enttäuschende Erkenntnis, dass meine Mühen vergebens gewesen waren. Ablehnungen, Ausflüchte, Zurückweisungen, Drohungen, derlei half mir nicht weiter. Ich musste woanders suchen. Die Buchhandlungen. Vielleicht fände ich ja auf einem alten, verstaubten, vergessenen Regal, wonach ich suchte. Hernach nahm ich meinen langwierigen Kreuzzug auf. Ich lernte die zahllosen Enttäuschungen mit unerschüttlicher Ruhe zu ertragen. Niemand in den gewöhnlichen Buchhandlungen schien je von dem schrecklichen Necronomicon, dem bösen Buch des Aibon oder dem verstörenden Kult de Gaulle gehört zu haben. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. In einem kleinen, alten Antiquariat in der South Dearborn Street, zwischen staubigen Regalen, welche die Zeit scheinbar vergessen hatte, fand meine Suche schließlich ein Ende. Dort, unter 200 Jahre alten Shakespeare-Ausgaben, stand ein großes, schwarzes Buch mit eisenbeschlagenem Einband. Es trug die von Hand eingeprägte Aufschrift De Vermis Mysteris, was so viel bedeutet wie Die Geheimnisse des Wurms. Der Ladeninhaber konnte nicht sagen, wie das Buch in seinen Besitz gelangt war. Vielleicht war es vor Jahren bei einer Partie antiquarischer Bücher dabei gewesen. Von den Eigenarten ahnte er offenbar nichts, denn ich erwarb es für einen einzigen Dollar. Er packte den schweren Band für mich ein, überaus erfreut über den unerwarteten Verkauf und wünschte mir hochzufrieden einen guten Tag. Eilig verließ ich den Laden, den kostbaren Schatz unter dem Arm. Was für ein Pfund. Ich hatte von diesem Buch bereits gehört. Ludwig Prynne war der Autor. Er starb in Brüssel auf dem Scheiterhaufen der Inquisition, als die Hexenprozesse ihren Höhepunkt erreichten. Ein durchaus seltsamer Mann. Alchemist, Geisterbeschwörer, Magier von Ruf. Ehe er am Ende durch die Hand der weltgeistlichen Vollstrecker den Feuertod erlitt, rühmte er sich eines schier unglaublichen Alters. Es heißt, er gab sich als einzigen Überlebenden des unglückseligen 9. Kreuzzugs aus und führte zum Beweis dessen einige modrige Dokumente an. Es stimmt, dass laut der alten Chroniken ein gewisser Ludwig Prynne zu den Gefolgsleuten Montserrat zählte. Doch die Zweifler brandmarkten ihn als verrückten Hochstapler, auch wenn er vielleicht zufällig ein direkter Nachfahre des echten Kriegers sein könnte. Prynne schrieb sein Zauberwissen den Jahren zu, die er als Gefangener unter den Hexern und Wundertätern Syriens verbracht hatte. Und wirklich sprach er auch sehr zungenfähig von Begegnungen mit den Dschinnen und Ifrit der alten Mythen des Morgenlandes. Es ist bekannt, dass er eine Zeit lang in Ägypten gelebt hat, und die libyschen Derwische berichten in Legenden von den Taten des alten Seers in Alexandria. In jedem Fall verbrachte er seine letzten Tage im flämischen Tiefland, wo er geboren worden war, und residierte, passenderweise, in der Ruine einer vorrömischen Grabstätte, die in einem Wald nahe der Stadt Brüssel stand. Prynne hauste dort angeblich mit dem Schwarm seiner Vertrauten und den Inkarnationen grässlicher Beschwörungen. In noch vorhandenen Handschriften wird zurückhaltend geäußert, er sei von unsichtbaren Begleitern und von den Sternen gesandten Dienern umgeben gewesen. Bei Nacht mieden die Bauern die Wälder, denn ihnen behagte manche Geräusche nicht, die zum Mond emporhalten, und ganz bestimmt wollten sie nicht ergründen, wer oder was an den verfallenden heidnischen Altären betete, die in gewissen dunklen Schluchten standen. Doch wie dem auch sei, nachdem die Handlanger der Inquisition Prynne gefangen genommen hatten, bekam niemand, auch nur eine jener Kreaturen zu Gesicht, über die er Gewalt gehabt hatte. Soldaten fanden die Ruine vollkommen verlassen vor, obwohl sie sie vor der Zerstörung gründlich durchsuchten. Jene übernatürlichen Wesen, die ungewöhnlichen Geräte und Gemische, alles war auf höchst merkwürdige Weise verschwunden. Eine Durchsuchung des Waldes und die ängstliche Besichtigung der seltsamen Altäre ergab keine neuen Erkenntnisse. Auf den Altären fand man frische Blutspuren und auch Prinz Folterbank war mit Blut besudelt, als man das Verhör schließlich beendete. Trotz besonders grausamer Foltermethoden hatte man dem schweigsamen Zauberer keine weiteren Enthüllungen entlocken können und am Ende gaben die müden Inquisiteure auf und ließen den alten Mann in den Kerker werfen. Erst im Gefängnis, wo er auf seinen Prozess wartete, schrieb er die makaberen, schreckenverheißenden Zeilen des De Vermis Mysteriis, das heute unter dem Titel »Die Geheimnisse des Wurms« bekannt ist. Wie die Schrift je an den aufmerksamen Wachen vorbeigeschmuggelt werden konnte, ist ein Rätsel für sich, doch fest steht, dass sie ein Jahr nach Prinz Tod in Köln gedruckt wurde. Sie wurde sofort verboten, doch einige wenige Exemplare waren bereits in Privathand gelangt. Diese wiederum wurden abgeschrieben und später gab es eine zensierte und gekürzte Fassung. Aber gemeinhin wird nur das lateinische Original als echt anerkannt. Im Laufe der Jahrhunderte haben nur wenige die Schrift lesen und darüber nachsehen können. Die Geheimnisse des alten Magiers sind heute lediglich den Eingeweihten bekannt und diese raten allen Versuchen ab, sie zu verbreiten. Und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Kurzum, dies war alles, was ich über die Geschichte des Buches wusste, als es in meinen Besitz gelangte. Schon allein als Sammlerstück war es ein phänomenaler Fund, über seinen Inhalt hingegen vermochte ich mir kein Urteil zu bilden. Es war in Latein verfasst. Da ich nur wenige Worte dieser Sprache kenne, stand ich einem enormen Hindernis gegenüber, als ich die Seiten aufschlug. Solch einen Schatz dunklen Wissens in den Händen zu halten, nicht entschlüsseln zu können, brachte mich schier um den Verstand. Einen Moment lang verzweifelte ich schier, denn es widerstrebte mir, mit solch einem scheußlichen und blasphemischen Text an einem örtlichen Altphilologen oder Lateinkundigen heranzutreten. Dann hatte ich eine Eingebung. Warum sollte ich das Buch nicht nach Osten bringen und meinem Freund um Hilfe bitten? Er studierte die alten Sprachen und Prinz' unheilvolle Offenbarung würden ihn vermutlich weitaus weniger entsetzen als andere Leute. Folglich schrieb ich einen eiligen Brief und kurz darauf erhielt ich seine Antwort. Mit Freuden wolle er mir helfen. Unbedingt solle ich unverzüglich zu ihm reisen. Providence ist eine reizende Stadt. Das Haus meines Freundes war alt und im anheimelnden georgianischen Stil gebaut. Der untere Stock verströmte die prachtvolle Atmosphäre der Kolonialzeit. Der obere Stock, wo die Dachgiebel das enorme Fenster verdunkelten, diente meinem Gastgeber als Arbeitszimmer. Dort saßen wir an jenem grausigen, ereignisreichen Abend im vergangenen April, dort neben dem offenen Fenster, das einen Ausblick auf das azurblaue Meer bot. Es war eine mondlose Nacht, unruhig und fahl vom Nebel, der die Dunkelheit mit fledermausgleichen Schatten füllte. Noch immer sehe ich ihn vor meinem geistigen Auge. Diesen kleinen, von einer Lampe erhellten Raum mit dem großen Tisch und den hochlehnigen Stühlen, die Bücherregale an den Wänden, die Handschriften, die sich in verschiedenen Dokumentenschachteln stapelten. Mein Freund und ich saßen am Tisch, das geheimnisvolle Buch vor uns. Sein hageres Profil warf einen beunruhigenden Schatten an die Wand und sein wächsernes Gesicht wirkte in dem Battenlicht verstohlen. Eine unerklärliche Atmosphäre schwebte im Raum, als stünden uns wunderbare, in ihrer Macht überaus beunruhigende Offenbarungen bevor. Ich spürte die Gegenwart von Geheimnissen, die nur darauf warteten, enthüllt zu werden. Mein Gefährte spürte das auch. Viele Jahre der Erfahrung auf dem Gebiet des Okkulten hatten seine Intuition in einem unheimlichen Maße geschärft. Nicht die Kälte ließ ihn erschaudern, als er dort in seinem Stuhl saß. Und es war auch kein Fieber, das seine Augen in jenem juwelengleichen Feuer aufflammen ließ. Schon bevor er den verfluchten Band aufschlug, wusste er, dass es ein Werk der Bosheit war. Den muffigen, uralten Seiten haftete Grabesgestank an. An den Rändern waren sie Maden zerfressen und Ratten hatten das Leder angenagt, obgleich sie sich wohl normalerweise an scheußlicherer Kost gütlich tun. Ich hatte meinem Freund an jenem Nachmittag die Geschichte des Buches erzählt und es in seiner Gegenwart ausgepackt. Da schien er noch bereit, ja geradezu begierig zu sein, sofort mit der Übersetzung zu beginnen, nun aber gab er sich zögerlich. Es sei nicht klug, sich mit dem Buch zu befassen, beteuerte er. Es handele sich hier um böses Wissen. Wer könne schon sagen, welche dämonische Überlieferung diese Seiten enthalten oder welche Übel denjenigen heimsuchen, der arglos damit umgeht. Es sei nicht gut, viel zu erfahren und überdies seien bereits Menschen gestorben, weil sie die faule Weisheit dieser Seiten hatten anwenden wollen. Er beschwor mich, von meinen Absichten abzulassen, solange das Buch noch ungeöffnet wäre und mir lieber bei weniger abnormen Dingen Anregungen zu suchen. Ich war ein Narr. Übereilt wies ich seine Einwände mit eitlen, leeren Worten zurück. Ich empfand keine Furcht und meinte, wir sollten zumindest einen Blick auf den Inhalt des kostbaren Fundes werfen. Ich begann durch die Seiten zu blättern. Das Ergebnis war enttäuschend. Es war im Grunde ein ganz gewöhnlich aussehendes Buch, vergilbte, brüchige Seiten mit lateinischem Text, geschrieben in großen, schwarzen Lettern. Das war alles. Keine Illustrationen, keine beängstigenden Zeichnungen. Mein Freund konnte der Anziehungskraft des bibliophilen Genusses nicht länger widerstehen. Sofort blickte er mir aufmerksam über die Schulter und murmelte gelegentlich lateinische Satzbrocken. Die Begeisterung wurde zuletzt Herr über ihn. Er nahm den kostbaren Band in beide Hände, setzte sich ans Fenster und fing an wahllos Absätze vorzulesen, die er dann und wann ins Englische übersetzte. In seinen Augen leuchtete ein wildes Licht und sein hageres Profil wirkte noch kränklicher, während er über den zerfallenden Zeichen brütete. Einige Sätze trug er donnernd vor, wie furchterregende Litaneien. Dann wieder senkte er seine Stimme, bis sie leiser war als ein Flüstern und so weich klang wie das Zischen einer Viper. Inzwischen verstand ich nur noch wenige Ausdrücke, denn im Zuge seiner konzentrierten Beschäftigung schien er mich gänzlich vergessen zu haben. Er las Bandsprüche und Zauber. Ich erinnere mich an Anspielungen auf Götter der Weissagung, wie etwa Vater Jig, den dunklen Hahn und den schlangenbärtigen Beatis. Mir schauderte, denn ich kannte diese Namen von früher. Doch hätte ich gewiss noch stärker gezittert, hätte ich geahnt, was uns noch bevorstand. Es ging sehr schnell. Plötzlich wandte mein Freund sich mir zu. Er war sehr erregt und seine Stimme klang schrill. Er fragte mich, ob ich mich an die Legenden über Prinz Zauberkunst erinnerte und an die Geschichten über die unsichtbaren Diener, die er von den Sternen herbeirief. Ich bejahte, ohne seine plötzliche Aufregung zu verstehen. Dann verriet er mir den Grund. Hier, am Ende eines Kapitels über Vertraute, hatte er ein Gebet oder einen Zauber entdeckt, vielleicht genau denselben, mit dem Prinz seine unsichtbaren Diener von jenseits der Sterne herbeibeschworen hatte. Er las die Passage vor und ich hörte zu. Benommen saß ich auf meinem Stuhl wie ein dummer, verständnisloser Narr. Warum schrie ich nicht, versuchte zu entkommen oder ihm diese grässliche Handschrift aus den Händen zu reißen? Stattdessen saß ich da, während mein Freund die lange, klangvolle, finstere Anrufung in lateinischer Sprache vorlas. Seine Stimme überschlug sich vor wieder natürlicher Erregung. Tibi, Magnum, Inuminandum, Signas, Stellarum, Nigarum, Et buffuniformis, Sodarque, Sigilum. Das krächzende Ritual ging vonstatten. Dann erhob es sich auf den Schwingen nächtlichen, abscheulichen Grauens. Wie Flammen schienen die Worte in der Luft zu züngeln und sich mir ins Hirn zu brennen. Die donnernden Laute warfen ihr Echo in die Unendlichkeit hinter den weitesten Sternen. Durch uralte Tore ohne Dimensionen schienen sie einzugehen, um sich dort einen Zuhörer zu suchen und ihn zur Erde zu rufen. War das alles Einbildung? Ich nahm mir nicht die Zeit, darüber nachzusinnen, denn dem ungewollten Ruf wurde gefolgt. Kaum war die Stimme meines Gefährten in dem kleinen Raum verklungen, da nahte das Grauen. Im Zimmer wurde es kalt. Ein Windstoß jaulte durch das offene Fenster, ein Wind, der nicht von dieser Welt stammte. Von weit her trug er ein Gemecker herbei und als mein Freund das vernahm, wurde sein Gesicht zu einer weißen Maske neu erwachter Furcht. Dann war von den Wänden her ein Knirschen zu hören und der Fenstersims krümmte sich vor meinen starrenden Augen. Aus dem Nichts jenseits dieser Öffnung erscholl plötzlich lüsternes Gelächter. Ein hysterisches Geschnatter, das schierem Wahnsinn entsprang. Es schwoll zu einer grinsenden Quintessenz allen Grauens, ohne dass es einen Mund hervorbrachte. Alles weitere geschah mit bestürzender Schnelligkeit. Unvermittelt schrie mein Freund an seinem Platz am Fenster auf. Er brüllte und hieb mit gekrümmten Fingern wild auf die Luft ein. Im Lampenlicht sah ich, wie er das Gesicht zu einer Grimasse wahnsinniger Pein verzog. Einen Moment später hob sich sein Körper vom Boden und bog sich unnatürlich nach hinten. Im nächsten Moment war das widerliche Knacken berstender Knochen zu hören. Sein Körper schwebte nun mitten in der Luft, seine Augen waren glasig und seine Hände schienen etwas Unsichtbares krampfhaft zu umklammern. Wieder begann dieses wahnsinnige Gekicher, diesmal jedoch im selben Raum. Die Sterne wiegten sich in roter Qual. Der kalte Wind schnatterte mir in den Ohren. Ich kauerte mich auf meinem Stuhl zusammen, die Augen starr auf das erstaunliche Schauspiel in der Ecke gerichtet. Unterdessen hatte mein Freund zu kreischen begonnen. Seine Schreie vermischten sich mit dem schadenfrohen, grässlichen Gelächter, das aus der Luft zu kommen schien. Sein Körper baumelte freischwebend, bog sich wieder zurück und dann spritzte ihm das Blut in einer rubinroten Fontäne aus dem aufgerissenen Nacken. Doch dieses Blut tropfte nicht zu Boden. Es verschwand mitten in der Luft und zugleich verklang das Gelächter und verwandelte sich in ein abscheuliches Schlürfen. Mit gesteigertem Entsetzen begriff ich, dass das unsichtbare Wesen aus dem Jenseits das Blut in sich aufsog, sich daran labte. Was für ein Geschöpf war da so plötzlich und unwissentlich herbeibeschworen worden. Was für ein vampirisches Ungetüm, das ich nicht zu sehen vermochte. Eben jetzt fand eine schreckliche Verwandlung statt. Der Körper meines Freundes schrumpfte, verschrumpelte und wurde völlig leblos. Der Länge nach fiel er auf den Boden und blieb widerlich still liegen. Aber in der Luft fand eine andere Veränderung statt. Ein Glühen war in der Ecke neben dem Fenster zu sehen. Ein blutiges Glühen. Langsam, aber sicher zeichneten sich die matten Umrisse einer Erscheinung ab. Die mit Blut gefüllten Umrisse des unsichtbaren Schlechters von den Sternen. Er war rot und triefend nass. Eine unermesslich große, pulsierende, gallertartige Masse. Ein scharlachroter Klumpen mit unzähligen tentakelartigen Rüsseln, die sich hin und her bewegten. An den Enden dieser Fortsätze waren Saugnäpfe zu erkennen, die sich in schauriger Lust öffneten und schlossen. Das Ding war aufgebläht und widerlich. Eine Kopf-, Gesichts- und augenlose Masse mit dem gefräßigen Rachen und den gewaltigen Klauen eines Ungetüms von den Sternen. Das Menschenblut, an dem es sich gesättigt hatte, ließ den Schmauser sichtbar werden. Das war kein Anblick für einen geistig gesunden Menschen. Zu meinem Glück verweilte das Geschöpf nicht. Das schlaffe, leichenählige Ding auf dem Boden verschmäht, stieg es durch das offene Fenster. Dann war es verschwunden. Nur noch sein fernes Gelächter verdrang in den Schwingen des Windes an mein Ohr, während das Geschöpf wieder in die Abgründe entschwand, aus denen es gekommen war. Das war alles. Ich blieb allein im Raum zurück, mit dem schlaffen, leblosen Körper vor meinen Füßen. Das Buch war verschwunden, aber an der Wand und auf dem Boden hafteten blutige Abdrücke, und das Gesicht meines armen Freundes sah aus wie ein blutiger Totenkopf, der höhnisch zu den Sternen emporgrinst. Lange Zeit saß ich stumm auf meinem Stuhl. Dann steckte ich den Raum in Brand und alles, was ich darin befand. Anschließend verließ ich das Haus, lachend, denn ich wusste, dass die Flammen alle Spuren vernichten würden. Ich war am selben Nachmittag in Providence angekommen und kannte niemanden in der Stadt. Keiner sah mich aus dem Haus gehen, und ich war schon fort, als man die lodernden Flammen entdeckte. Stundenlang taumelte ich durch verwinkelte Straßen und schüttelte mich in idiotischem Gelächter, so oft ich zu den brennenden, ewig hämisch funkelnden Sternen hinaufsah, die mich verstohlen durch die Nebelschleier beobachteten. Nach einer Weile beruhigte ich mich so weit, dass ich wieder imstande war, in einen Zug zu steigen. Während der langen Heimreise blieb ich ruhig, und ruhig war ich auch, als ich diese Geschichte hier niederschrieb. Ich blieb sogar ruhig, als ich in der Zeitung las, dass mein Freund bei einem seltsamen Unfall ums Leben gekommen sei, in dem Feuer, das sein Haus vernichtet hat. Nur des Nachts, wenn die Sterne funkeln, kehren die Träume zurück und treiben mich in einen gigantischen Irrgarten aus wilden Ängsten. Dann nehme ich Drogen ein, versuche vergebens, jene hohenvollen Erinnerungen aus meinem Schlaf zu verbannen. Aber eigentlich kümmern sie mich nicht, denn ich werde nicht mehr lange hier sein. Ich hege den eigentümlichen Verdacht, dass ich den Schlechter von den Sternen wiedersehen werde. Ich glaube, er wird bald zurückkehren, ohne dass er herbeibeschworen wird. Und eines weiß ich gewiss. Wenn er kommt, kommt er zu mir und trägt mich in die gleiche Dunkelheit, die mein Freund umarmt hat. Manchmal sehne ich den Tag fast herbei, an dem es soweit ist, denn dann erfahre ich ein für allemal die Geheimnisse des Wurms.